Ja Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen wieder mal zu einer Folge Dark Orbit Und jo mal, heute mal ganz speziell sind wir heute unterwegs auf der Global Europie Survehr Und wir gehen jetzt mal irgendwo hinjagen, aber ich habe glaube ich keine Tanze, Pi, Ure mehr Oh ja, 12 Stück, nice 1,3, liebe Leute, wir verduften jetzt einmal auf die Map 1,3 Und dann meine lieben Kinder, werden wir heute ein bisschen jagen gehen, habe es ja gerade so eben gesagt So, Mafia Hammer, RSB Hammer, also was wollen wir gerade mehr, da ist irgendwas, ich fliege mal ein bisschen weg So, Damage Confit ist geladen, Schutzmodus von der Pet geht ab Und ja man, ich hoffe euch geht es gut, alle miteinander so, mir auch auf jeden Fall Bisschen müde hier und da, alles stressig, alles hier und da Nein, äh, puh, ich glaube wenn das Video hochgeladen ist, haben wir schon wieder im März Also liebe Leute, das Jahr endet schon bald wieder Und wahrscheinlich gehe ich jetzt den ein oder anderen damit auf die Eier, sogar mit diesem Spruch Aber eigentlich mir sogar egal, ich bin da lebens, leider so ein lebensfroher Mensch Und gehe euch gerne auf die Eier Äh, gibt's was Neues? Nö Gibt eigentlich nichts Neues Nichts, das ich jetzt wüsste Und zwar, ähm Ich jump jetzt hier mal durch Mir tut irgendwie nur mein Handgelenk weh, mein linkes, ja Mein linkes Handgelenk tut mir mal extrem weh von der Arbeit, mal wieder extrem kacke Und ja, die hat der Arbeit wahrscheinlich so eine, haha Ich weiß nicht, was du machst Du, perversling Äh Jo, wäre doch eigentlich schön, wenn es davon käme, ne Dann hättest du, das ist ein guter Grund Äh, uh, der Marsi da, der ist Uh, uh, uh Psiu, psiu Habt ihr das gesehen? Der ist jetzt im Arsch, ich habe den glaube ich nicht mehr gekriegt Als Selbstabschluss, aber es ist auch noch wert, dass ich den überhaupt abknall Ja, Global Europas war eigentlich nicht jetzt viel am spielen in letzter Zeit, also gar nicht eigentlich Also ich habe jetzt lange nicht mehr geschirrt gespielt, deswegen habe ich jetzt hier eingeloggt Und dann mal dachte, ja, ey, ich mache jetzt mal mit den Kindern hier ein bisschen Wieder mal so ein kurzes Jagevideo, also ich habe doch, ah, ich habe doch Habe ich nicht gerade ein Bromerem hier aufs Schild drauf gehabt, oder? Oder es packt rum Es packt sicher rum Beutekis liegen hier auch genug rum, hier habe ich ja sowieso hier keins, also Ihr könnt euch da ungefähr denken, was da los ist, oder? Na also, Leute, ich kenne euch ja Äh, gut Wir Finden auf dieser Map gerade absolut nichts Das heißt, wir werden jetzt mal wieder auf eine andere Map schauen Mal schauen, wo da ist, was ist Hey, ich habe eigentlich 440 Millionen Credits Eigentlich konnte ich mal hier Was Ersteigern die nicht, mir fehlen noch zwei Iris Drohnen Springer 500 Mal durch den Jump geht, Leute, der sagt, ich meine, das liebt mich einfach Ich kann noch schnell das Pomafrost-Ged machen Da können wir sogar fast drei davon herstellen Aber das vierte könnte ich mir da nicht kaufen Komm, jump durch, du Sau Das Pad braucht sowieso ewig, bis sie bei mir ist Level 7 Kamikaze konnte ich mir da noch nicht leisten, glaube ich für diese Pad Da war doch noch was Da war noch was, liebe Leute Da war noch was Und das war nicht gerade schön, ne? So Ah, da, da, da Hier oben Maps, alle ruhig Nicht viel, also so wie immer Es ist ja gerade ziemlich fad Äh, nächstes Mal schauen wir wieder auf den großen Erkanntgleich mehr so an diese Refraktions-Map So geht das jetzt da Willst du da jetzt auch gehen? Was ist los mit dir? Schaffe ich dich überhaupt? Ja, ich glaube, ich schaffe dich jetzt einfach Oh, nee Boah, Alter, was willst du denn? Du gehst mir jetzt auf die Eier, oder was? Ja, den schaffe ich nicht, Falter Alle Drohnen Aber sie haben alle dünne Laser Das finde ich lieb Also gegen Spieler machen sie schon mal wenig Schaden Ja, das Reparieren tut mir leid, dass das eigentlich bei mir ein bisschen dauert Das ist halt der kleine Account Da dürfte es mir nicht böse sein Wir tarnen sich Ich fliege nochmal auf die 2,4 Vielleicht will man noch was kleines Das muss halt noch was gehen Ich möchte heute noch einen guten Abschluss machen Wir haben sogar noch so gute Booster laufen Doppel Damage, Doppelschild Doppel Damage Wir waren schon fast Profis So Wo könnt ihr was sagen? Da wäre schon mal ein kleines Futter für mich Hier ist auch ein bisschen was Futter für mich Gertan da aber nur Okay, wir fliegen nochmal rauf Vielleicht tue ich mir mal kurz das Interschild auch raus Jawohl, einmal schon 26 Oh, perfekt Interschild ist auf 2 Interschild passt Aha, du bist echt so ein Arschloch Weißt du das Aber das habe ich auch noch auf Lager Das heißt, du kannst mir dazu richtig scheißen gehen Boah, du bist echt so ein kleines Arschloch Ein verschissenes Da habe ich eh so viele Eisraketen Die nehme ich jetzt trotzdem gleich wieder weiter So ein Arschloch Da haben sogar die kleinen Kinder schon Sogar schon diese blöden Eisraketen Da rast ich wieder mal direkt aus So was liebe ich dann ja eigentlich mal wieder Wenn die Leute mich schon wieder eißen Du Arschloch Wenn es mich angeht, ich schlage dich auch Ey, der Kolonel Auf dem Global-Servers ist sowieso nur bei 6 Millionen Um die 6 Millionen herum ist auch eine Frechheit eigentlich Was ich mitbekommen habe Und ich bin bei Und ich bin bei 10 Millionen Rangpunkten Jetzt halt wieder am großen Account Hab richtig Gas gegeben Auch nebenbei Aber der Kolonel Der ist da auch schon wieder auf 16 Millionen rauf gestiegen Der steigt Ist da auch mal wieder so ein kleiner Million Das letzte Mal wieder gestiegen Ich krass direkt aus Wenn ich mich immer dahinter klemm Aber egal Trotzdem ziemlich zart So eigentlich sind wir hier wieder auf den Nusenkarten Aber wenn wir gar nicht hin Machen wir nochmal einen kurzen ab Aber ich habe nicht mal Jumpgut schon mehr rauf Wir bleiben jetzt auf den alten Maps Und gucken, ob da noch was ist Wie bleiben wir jetzt hier noch auf der Olden Map 3-3-3-8-minusen-Map Was mache ich denn eigentlich hier Oder was hoffe ich eigentlich hier zu machen Ey Was wollte ich jetzt hier Ich bin das gar nicht gewohnt Auf einer 3-3-Karte rumzufliegen Naja, sonst sind wir Marsi Und dann die Kacke, oder? Oder nicht? Na gut Dann fliegen wir weiter Auf einer Map Die vielleicht etwas entspannterer ist Was ist er jetzt nochmal raus Also vielleicht kommt er jetzt nochmal raus Mein kleiner Freund Aber ich glaube, der kann mich mal richtig am Arsch lecken Der kommt nicht mehr Vielleicht hat er sich jetzt eh ausgelockt Weil er so ein guter Spieler gleich mal angegriffen hat Aber so voll sind die Maps gerade auch nicht Also Leute, wir haben sie gerade sieben nachmittags Das Game packt wieder mal rum Ja, das Das Game ist ja Wahnsinn Wie das rum packt Ich wollte mich gerade gar nicht den Tag Fick dich, Alter Scheiß Arschloch Ja Am Arsch sage ich da mal Echt so richtig Leck mich am Arschloch So ein Hurensohn Wirklich So liebe Leute Ich habe mal eine kurze Pause eigentlich gemacht Also Wir sind jetzt auf dem Weg Auf diese neue Map hier Wir gehen die Erditsbesucher Aber auch nur auf dieser 2.5er Map noch kurz Ob wir was finden Das weiß ich jetzt dann noch nicht Perfekt Da finden wir was Das zu nah am geht Achso Ich bin eh nicht getarnt Was tue ich mir denn dann an Spektrum Er muss jumpen Er wird jumpen müssen Er wird jumpen müssen Er möchte ein 1 versus 1 gegen mich Ich glaube das werde ich aber ein bisschen gewinnen Alter ist hier irgendwas bei mir aktiviert auch Automatische Raketen CPU ist doch Ich muss mich hier noch kurz konzentrieren Sorry Leute Die Van ging mir jetzt ein bisschen auf der Er und er noch mit seinem Spektrum überhaupt Ich muss zuhause rappen Das ist mir zu teuer mit 200 Euro Boah man alter Egal Ich hatte mal einen kurzen Spaß Ich habe zwar nur eine Van gekriegt Ihn auch fast Aber Ich habe da nicht mehr zuhause Weil hier leider Kein Gefechtsrobo Nichts Also easy Ich hätte ihn vielleicht Zappen sollen Das war mein Fehler Dann wäre sich das vielleicht Ausgegangen Aber die Weng ist mir auf einmal Auf der Eingang mit den Next Redbands Aber die war ich schnell weg Und ich bin sowieso leer Ich bin sowieso leer Gut Leute Das heißt Eigentlich Dann mache ich jetzt nicht mehr viel Außer mich hier rappen Und vielleicht Dann Quests noch mal Hier vielleicht weiterschießen Ähm Jo einfach mal Ich habe jetzt ein kurzes Video Hier gemacht Vielleicht habe ich es verkackt Auch noch das Video Äh Ich hoffe es hat euch Dennoch gut gefallen Wieder mal Äh Ich hoffe wir sehen uns Vielleicht das nächste Mal Vielleicht wird hier mal Wieder was öfters gemacht Und wir Haben vielleicht auch Zukünftig mal wieder Etwas mehr Spaß Auf dem Account Ich bin immer hin und her Schwanken Ihr kennt mich wahrscheinlich Da eh schon Und ja das heißt Eigentlich Ähm Werde ich dann jetzt Eigentlich das Video Jetzt beenden Und ja Puh Machen wir mal wieder Eine kurze Folge Sorry halt Ähm Ja ich hätte einfach gesagt Beim nächsten Mal wieder Einschalten Dennoch Danke Wenn ihr dabei wart Beim nächsten Mal Einschalten Wenn wir mal wieder Am Blödsinn angehen Und ja Danke für eure Geduld Und bleibt so wie ihr seid Und ja Schöne Angenehme Woche noch Und schönen Neuen Monat Auch noch dazu Also Reingehen Wiederschauen Tschüss Aber ich werde hier noch Ein paar andere Sachen einblenden Da könnt ihr euch vorbeischauen Also Könnt ihr die Sachen noch machen Oder euch angucken Das ist euch dann überlassen Tschüss Okay Tschüss